Heute war also Trainingsbeginn beim SK Rapide. Zum gegenwärtigen Kader gehören mit Stand heute folgende Spieler. Tor, Hedel, Gartler, Unger. Abwehr Schick, Koschelnik, Sollbauer, Kvetkovic, Querfeld, Murmann, Auer, Diakovic, Fallmann, Hofmann. Mittelfeld, Kerschbaum, Pejik, Oswald, Sattelberger, Kühn, Greil, Beilic, Bajis, Kaigin. Angriff Burgstaller, Gröld, Ruhif, Strunz, Majulu, Zivkovis. Gefehlt haben heute folgende Spieler, die nach Nationalteameinsätzen noch Urlaub bekommen haben. Hedel, Sattelberger, Oswald, Zivkovis. Vom Kader gehörten im Frühjahr folgende zehn Spieler zur Stammelf. Hedel, Schick, Sollbauer, Querfeld, Auer, Pejik, Kerschbaum, Greil, Gröld, Burgstaller. Fünf weitere Spieler gehörten regelmäßig zum Kader und wurden auch häufig eingesetzt. Strunz, Bajis, Murmann, Oswald, Kühn. Drei Spieler kamen eher selten zum Einsatz. Druiv, Koschelnik, Gartler. Drei Neuzugänge kommen nun neu dazu. Kvetkovic, Kaigin, Majulu. Von den Amateuren hochgezogen wurden. Diakovic, Fallmann, Beilic, Sattelberger, Zivkovis. Immer noch im Kader, obwohl im Frühjahr ohne Einsatz sind. Unger, Hofmann. Eine Frage, die sich mancher nun vielleicht stellt, ist, wie die Stammelf von Rapid in der neuen Saison aussehen wird. Das ist zum derzeitigen Zeitpunkt natürlich schwer beurteilbar, da wir ja mitten in der Transferzeit sind und es nicht gesagt ist, dass uns nicht noch der eine oder andere Spieler verlassen wird bzw. dass es noch einige Neuzugänge gibt. Wer hat aber nach jetzigem Stand Potenzial zum Stammspieler? Von jenen elf Spielern, die im Frühjahr unseren Stamm gebildet haben, sind noch folgende Spieler da, in Klammer das Vertragsende. Hiedl 2027, Schick 2024, Sollbauer 2024, Querfeld 2025, Auer 2027, Pieck 2025, Kerschbaum 2025, X-Grei 2025, Grüll 2024, Burgstaller 2024. Unumstritten sind wohl folgende vier Spieler, Hiedl, Auer, Burgstaller und wenn er bald wieder fit wird, Querfeld. Neuzugang Kvetkovic wird wohl auch sehr bald integriert werden. Die Favoriten der übrigen sechs Plätze sind Schick, Pejik, Kerschbaum, Kühn, Druiv, Grüll bzw. dessen Ersatz. Erste Anwärter auf den Stammplatz rechts in der Offensive ist einmal mehr Kühn, Vertrag bis 2026, ob Bajis, 2025, es wirklich noch zu einer fixen Größe Barapit schafft, ist ihr zweifelhaft. Schicks Position könnte auf Daukoschnik einnehmen, der slowakische Nationalspieler hat noch Vertrag bis 2025. Die Frage ist freilich, ob für den Spieler nicht auch eine andere Lösung gefunden werden kann, hatte er doch im Frühjahr bei Barisic keinen leichten Stand. Gerüchteweise könnte auch ein neuer Spieler auf dieser Position verpflichtet werden, Fallmann von Rapid 2, Vertrag bis 2025, gebe ich in diesem Zusammenhang nur Außenseiterchancen. Salbauer wird wohl auf Dau von Neuzugang Kvetkovic verdrängt werden, die Unbekannte ist nach jetzigem Stand die Genesung von Querfeld. In diesem Pool sind weiterhin auch Murmann und, falls er wieder erwarten, gesundet, Hofmann, Verträge bis 2025. Im defensiven Mittelfeld ist eine Prognose äußerst schwer. Katzer scheint zur Demagogie zu neigen, allerdings fehlt ihm für wirkliche Verstärkungen ganz offensichtlich das Geld. So werden wohl auch Oswald 2025, Sattelberger 2025 bzw. Beilic 2024 möglicherweise da ein Wort mitreden können, zu befürchten aber ist wieder einmal ein Panikkauf. In den meisten Debatten wird der Defensive eine erstaunliche Bedeutung für den Erfolg beschmessen, das Problem bei jenen Spielen, die wir verloren haben, war aber eher, dass wir vorne kaum wirklich zur Geltung gekommen sind. Dies hat natürlich schon auch mit den vielen Verletzungsproblemen in diesem Bereich, Grill praktisch ohne Vorbereitung, Truhef und Kühn mit wenig Einsatzzeit, zu tun, aber auch damit, dass die zweite Reihe, also Spieler wie Greil, Bajis und Zimmermann, ihre vielen Chancen nicht wirklich nutzen konnten. Daher wird wohl neben Kühn auch Truhef 2025 gute Karten haben, dazu kommen neben Strunz zwar mit Vertrag bis 2027, aber doch ohne wirkliche Konstanz in seinen Leistungen, die beiden Neuzugänge Majulu und Kaigin, bei denen nicht wirklich klar ist, wie schnell sie in die erste Mannschaft eingebaut werden können. In die Mannschaft kommen wohl Kvetkovic, Druhef und Kühn.